Was er tat war, dass er über die gesamte Weltgeschichte sprach und er zeigte, dass die Weltgeschichte eine Lüge ist. Mit den Beweisen, die er präsentiert hat, zeigte er, dass Jesus Christus wahrscheinlich vor ungefähr 900 Jahren gelebt hat, maximal vor ungefähr 1100 Jahren. Und dann hat er die Lügen in der Geschichte aufgezeigt. Es war sehr einfach zu bewerkstelligen. Er hat es auf mathematischem Wege gezeigt. Sie haben die Geschichte einfach kopiert und sie haben mathematische Reihenfolgen verwendet, um diese Geschichte von Land zu Land zu übertragen. Sie haben sie in verschiedene Zeitachsen eingefügt, diese erweitert und sie wiederholen sich innerhalb der Geschichte. Dann wurde seine Arbeit weltweit beendet.